Wer von euch hat ein Smartphone, ein Handy, ein iPhone, so ein Teil? Eigentlich fasst alle, oder? Du hast keins, da ganz hinten. Wow. Früher war man besonders, wenn man eins hatte, heute ist man besonders, wenn man keins hat. So, du kennst dieses Phänomen vielleicht. Immer, wenn man es gerade überhaupt nicht brauchen kann, blinkt da so ein Teil auf und sagt, Achtung, Softwareaktualisierung erforderlich. Kennt ihr das? Wer kennt diese Softwareaktualisierungsanzeigen? Und das hat man ja nicht nur am iPhone, sondern auch am PC. Und das ist ja so interessant, immer wenn man gerade voll im Stress ist oder irgendwas ganz schnell erledigen möchte, ploppt dieses Fenster auf. So, was macht man in der Regel? Man hat ja keine Zeit. Zeit ist ja etwas, was man nicht hat, oder? Und das kostet dir Zeit und dann muss es auch noch geladen sein und was weiß ich. Du kannst es dann nicht nutzen. Das heißt, man drückt es weg, oder? Es gibt ja meistens so ein Feld, wo draufsteht, später erinnern oder später oder so, ne? Dann geht man da drauf. So, so ungefähr nach ein bis zwei Tagen ploppt das Fenster wieder auf. Was machen wir dann? Also ich persönlich ertappe mich bis heute noch immer wieder dabei, dass ich das schon oft später mache. Weil später ist ja immer noch Zeit, oder? Für sowas. So, was ist eigentlich so der Hintergedanke bei einer Software-Aktualisierung? Wieso machen wir die? Wieso müssen wir die denn machen bei unseren Geräten? Weiß das jemand? Auf den aktuellsten Stand bringen. Wenn wir unsere Software auf unserer Hardware nicht auf den aktuellsten Stand bringen, könnte was passieren? Absturz, nicht mehr von Viren. Ja. Das heißt, es könnte sein, dass sich irgendwo ein Virus, eine Information da in unsere Software einnistet und dann unsere Hardware kaputt macht. Wer von euch hat das schon mal erlebt, dass da irgendwo ein Virus drauf war auf dem PC, Handy und dann ging gar nichts mehr? Hatte ich auch schon. Und das ist super, super ärgerlich. Und dann denkt man sich, mei, hätte ich doch diese Software-Aktualisierung gemacht, oder? Aber dann ist es natürlich zu spät. Das heißt, was müssen wir da machen? Wir müssen uns eine neue Hardware holen, also ein neues Gerät holen. Okay. Jetzt fragst du dich vielleicht, Baha, was toll denn das ist. Wieso erzählst du uns denn? Wir sind doch hier nicht im Informatikkurs oder so. Ich erzähle euch das, weil mit unserer Hardware-Körper gehen wir in den meisten Fällen sehr, sehr ähnlich um. Was ist da die Anzeige, bitte Software aktualisieren? Krankheit, Krankheit, Schmerz, vielleicht auch negative Gedankenmuster, die immer wieder kehren, ein Gefühl von Abwärtsspirale. Und in den meisten Fällen sagen wir innerlich, später. Oder, was wir manchmal auch machen, ist, wir suchen Strategien, wie wir diese Anzeige unterdrücken und ausblenden können. Und da gibt es viele Strategien heutzutage. Die Schulmedizin liefert uns dafür ein paar Strategien, was nicht heißen soll, dass die Schulmedizin schlecht ist. Das sage ich nicht, das möchte ich auch nie sagen. Aber es gibt natürlich auch gewisse Mittel, die wir einnehmen können und die den Schmerz einfach unterdrücken, aber nicht beheben. Das heißt, es kann dann passieren, dass es weg ist, aber nach zwei, drei Tagen kommt es halt irgendwo anders zurück. Okay. Dann, was gibt es noch für Strategien, wie wir diese Anzeige unterdrücken können? Ablenkung. Sehr gut. Mit was? Betäubung. Genau. Suchtverhalten, irgendwelche Dinge, Betäubung, Ablenkung. Was gibt es noch für Strategien, die wir anwenden? Arbeiten. Sehr, sehr guter Punkt. Also, wir versuchen eigentlich, etwas, was uns immer wieder gezeigt wird, zu unterdrücken mit allen Mitteln, die wir haben. Kann man so halbwegs gut, gesund, glücklich durchs Leben kommen? Eine Zeit lang. Absolut richtig. Was auch immer das heißt. Aber irgendwo könnte dann die Bombe hochgehen. Und meistens geht sie dann innerlich hoch. Und ich habe in meiner Praxis mit sehr vielen Menschen gearbeitet, die kamen zu mir und haben gesagt, Baha, ich habe Burnout. Da habe ich gesagt, interessiert mich nicht. Burnout gibt es nicht. Was nicht heißt, dass Burnout nicht da ist. Aber Burnout wird ja ganz oft so ein Konstrukt. Sie haben Burnout, aber was heißt denn das genau? Und ich bin der Überzeugung, dass diese Etiketten immer wieder draufgeklatscht werden, wenn man eigentlich gar nicht weiß, was die Menschen haben. Und ich habe so viele Menschen bei mir in der Praxis gehabt, die gesagt haben, die hatten Burnout. Aber jeder hatte was anderes. Ich habe da nicht dieses eine Muster entdeckt, was für mich Burnout ist. Jeder hatte irgendein anderes Thema. Wenn wir heute mit euch hier mit den Zellen und mit der DNA arbeiten, dann kannst du dir das vorstellen wie eine Softwareaktualisierung, die man normalerweise auf einem Gerät macht. Das heißt, wir verbinden uns mit einem Browser, mit einem Internet. Du kannst es wie den spirituellen oder den kosmischen Browser bezeichnen. Wir verbinden uns mit dieser Instanz und wir laden uns alle erforderlichen Energien und Informationen runter, damit wir heute im aktuellsten Zustand sind. Was heißt aktuellster Zustand? Das ist der Zustand, wo wir 100% kongruent sind mit allen kosmischen Energien, universellen Energien um uns herum. Denn ob du es wahrhaben möchtest oder nicht, du bist eigentlich ein Alien. Das wäre mein T-Shirt. Denn wir sind alle Außerirdische. Wir sind alle Waisenkinder. Wir kommen von irgendwo, wir wurden hierher gebeamt, aber eigentlich wissen wir nicht, woher wir kommen oder was wir sind. Und wahrscheinlich gibt es irgendwo Außerirdische, die gucken da runter und denken sich, oh, was für komische Aliens, Außerirdische da unten. Wir sind hier zu Gast auf dieser Erde. Und es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, woher wir kommen und dass wir spirituelle Wesen sind, die spirituelle Ressourcen benötigen, um uns zu entfalten. Und das ist das wichtigste Konzept auch hinter dem Teil heute, den A- und Z-Upgrade vom Limitless Training. Wie die meisten von euch wissen, bin ich ja ein bisschen so Energieexpertin, Energy Consultant, könnte man das auch nennen. So medialer und sensitiver Berater, das ist jetzt schon ein bisschen irgendwie so verstaubt, deswegen habe ich es ein bisschen aufgepimpt. So, das heißt ganz konkret, dass ich sehr gerne forsche auf der energetischen Ebene. Jetzt, so wie du hier sitzt, hast du vielleicht das Gefühl, ich bin grobstofflich, kann mich ja anfassen, ich habe hier Knochen und Beine und so weiter. Das ist aber nur ungefähr 5% der Wahrheit. Das, was du wirklich bist, ist Energie auf einer gewissen Schwingungsfrequenz. Wenn ich jetzt hier meinen wundervollen Zauberstab hätte, wenn ich einen hätte, und wenn ich es schaffen könnte, deine Frequenz zu steigern, um ein, sagen wir mal 50%fach, also es würden zwei Dinge mit dir passieren. Das erste wäre, dass du immer mehr und mehr beginnen würdest, unsichtbar zu werden. Das zweite ist, dein Energiefeld würde sich ausbreiten. Das heißt, du würdest immer größer und größer werden. Das heißt, du gewinnst mehr an Volumen. Schwingungserhöhung bedeutet, dass wir uns energetisch noch mehr ausdehnen. So, das sind die zwei Dinge, die passieren. So, wieso erzähle ich dir das? Ich habe herausgefunden, dass die Informationen, die Zugang zu uns finden, einen ganz, ganz gravierenden Einfluss haben auf unsere Schwingung, Energie. Du kannst es auch Ausstrahlung und Charisma nennen. Wer von euch hat schon mal Menschen gesehen, die haben dich einfach in den Bann gezogen und du wusstest nicht, warum. Wer von euch hat schon mal solche Menschen gesehen? Es kann sein, dass es daran liegt, dass sie Meisterschaft über ihre Energie haben. Das heißt, sie können ihre Energie entfalten und entfachen. So, wenn ich es hätte machen können, so ein Vorher-Nachher-Foto von euch allen hier in dieser Gruppe, mit energetischer Signatur, dann würdest du vom Hocker fallen. Das heißt, bevor wir diese Session gemacht haben mit dem Abklopfen und danach. Das sind für mich zwei Universen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Aber dieses Energieentfalten, dadurch, dass wir unterdrückte Energie auch freisetzen, ist eins von den kraftvollsten Dingen, die du tun kannst. Vor allem in Verbindung mit der Klopftechnik. Und das war das, was ich heute mit euch gemacht habe. Auf die Klopftechnik gehe ich gleich noch ein. So, ich persönlich, ich forsche da sehr, sehr gerne auf dem Gebiet, aber ich hole mir natürlich auch Informationen. Und es gibt da einen, Herrn Baxter, vor ungefähr 40, 50 Jahren hat der sich sehr stark mit dem Thema Lügendetektor beschäftigt und hat so ganz nebenbei eine Sache entdeckt, die absolut faszinierend ist und alles auf den Kopf gestellt hat. Lügendetektor sagt dir was, oder? Da schließt man die Menschen an und dann gibt es Reaktionen auf der Hautoberfläche, Wasserhaushalt und so weiter. Das heißt, man kann es scannen und man kann herausfinden, was für Ausschläge es auf diesem Gerät gibt, wenn ein Mensch sich zum Beispiel freut oder wenn er in Stress gerät, wenn er zum Beispiel lügt. Haben wir alle schon mal in Filmen oder so gesehen? So, an einem Abend, beziehungsweise in einer Nacht, um drei Uhr morgens in der Früh, dieser Mann kann nicht schlafen und er denkt sich, ich mache mal ein paar Tests mit meinem Drachenbaum-Pflanze in meinem Wohnzimmer. Und es ging ihm eigentlich nur um den Wasserhaushalt und er wollte, glaube ich, herausfinden, wie schnell das Wasser, was er unten in die Erde gibt, bis zu den Blättern vordringen kann. So, hat er seinen Pflanze, seinen Lügendetektor angeschlossen und er hatte noch gar nichts gemacht. Das heißt, das Wasser war noch gar nicht in der Erde. Hat er auf einmal gesehen, dass ein starker Ausschlag stattgefunden hat auf seinem Gerät. Und zwar genau so, wie wenn Menschen sich freuen oder stark erregt sind. Und der Mann war total baff, weil er sich gedacht hat, wie, das kann nicht sein, ich habe nichts getan. Und es gibt einen Ausschlag. Das heißt, auf einer unsichtbaren Ebene hat die Pflanze gecheckt, jetzt kommt gleich was Tolles. Ja, ja! Und sie hat sich gefreut auf das Wasser. Und dann dachte ich, okay, nächster Test. Wenn es in Richtung Freude ja geht, dann schlägt es vielleicht aus, auch in Richtung Stress. Das heißt, er hat eine Schere rausgeholt und wollte wirklich ein Blatt wegschneiden. Und was ist passiert? Ja, genau der negative Ausschlag. Also wie wenn man wirklich unter Stress ist. Und das müssen wir jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist eine Pflanze. Eine Pflanze hat auch ein Zellbewusstsein, ist natürlich auch kosmische Energie. Aber es hat kein menschliches Bewusstsein. Und es hat diese Ausschläge. Und danach wurde er süchtig nach diesem Thema. Was er dann noch gemacht hat, er ist in das andere Zimmer nebenbei gegangen und hat dort diese Gedanken ausgesendet, dass er zum Beispiel ein Blatt anzünden wird. Dann kam er zurück und hat gesehen, dass genau in dem Moment, wo er diesen Gedanken hatte, es wieder diesen Ausschlag gab. Heftig, oder? Also ich finde das so faszinierend. Und ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselpunkt war bei seinen Tests folgender. Er hat nämlich herausgefunden, dann nachdem er so seine Tests gemacht hatte, dachte er sich, okay, er tut jetzt mal so als ob. Das heißt, er geht mit der Schere hin, aber eigentlich weiß er, er wird es nicht tun. Es ist nichts passiert. Die Pflanze hat es gecheckt, dass er nur so tut, als ob. Wahnsinn, oder? Also ihr könnt es nachlesen, er heißt Baxter mit B-A-C-K-S-T-E-R. Und er wird auch der Vater der Pflanzenkommunikation genannt, weil er da dann auch ganz viele Forschungen gemacht hat. So, wieso erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, um dir deutlich zu machen, dass jede einzelne Zelle zuhört. Jede einzelne Zelle. Und zwar zu jedem Moment in deinem Leben. Jetzt denkst du dir vielleicht, fuck. Jetzt dampft die Kacke sozusagen. Okay, nicht so weiter schlimm, weil es gibt etwas, was noch viel, viel schlimmer ist, wie etwas, was du sagst, was nicht so hochschwingend ist, und zwar Dinge, die du unterdrückst. Das wissen wir. Das heißt, alles, was du unterdrückst, ist von der toxischen Ladung her viel schlimmer, wie die Dinge, die du sagst. Kennt ihr das? In der spirituellen Szene gibt es Exemplare an Menschen, die sind immer weiß gekleidet, die sagen keine bösen Wörter, kein Nicht, nein, kein, so, und keine bösen Wörter, ja. Okay. Es kann wirklich sein, dass diese Menschen nur aus Licht und Liebe bestehen. Finde ich sehr edelmütig, finde ich ganz toll. Ich kann es nicht, ist egal. Muss man vielleicht auch nicht können. Aber ich frage mich, wir sind ja in dieser Welt von Polarität. Das heißt, es gibt immer beides, oder? Wo haben die das andere? Wo ist die Schattenseite? Haben die die zu Hause gelassen? Ist die im Keller? Wo ist diese Schattenseite? Vielleicht haben sie ja keine. Ich weiß es nicht. Also ich möchte da jetzt auch nicht zu stark in dieses Thema einsteigen, aber ich habe erlebt, dass ganz viele Menschen das unterdrücken. Das heißt, ihre Wut, ihre Aggressivität, ihre Ängste unterdrücken, aber es ist okay, diese Ängste, diese Emotionen zu haben. Was ist schlimmer? Etwas Unterdrücktes oder etwas, was du lebst? Und du musst dir das so ein bisschen so vorstellen, wie Dinge, die du in deinen Keller schiebst, und der Keller ist immer mehr voll und voll und unordentlich. Und wenn ich jetzt über diesen Keller spreche, dann muss ich immer an den Keller von meiner Mama denken, weil meine Mama hat es wirklich nicht leicht. Also mein Dad auch nicht. Aber wir sind ja drei Mädels zu Hause und die sind alle natürlich ausgezogen. Aber wir haben sozusagen unseren Mist, haben wir bei meiner Mama noch im Keller drin. Und meine Mama, jedes Mal, wenn ich in meiner Sommerpause bin, so ungefähr eine Woche vorher, sagt sie, du Baha, kann man das mal ausmisten? Und wir kommen nie dazu. Aber ihr Keller ist wirklich voll mit dem Karma von mir und meinen Schwestern. Und es tut mir wirklich fast schon ein bisschen leid. Ich werde das in der nächsten Sommerpause machen. Wie bei der Conny, gibt es bestimmt auch noch ein paar Sachen von dir. Bin ich mir ganz sicher. So, das heißt, dieser Keller, wenn wir den mal ausmisten, dann hast du auf einmal Zugang zu Ressourcen, die unterhalb dieses Kellers liegen. Weil du musst dir vorstellen, wir sind alle spirituelle Wesen, die mit dieser Erde verbunden sind. Und dieser Keller steht sozusagen zwischen dir und deiner Verbindung zum Ressourcenportal der Erde. Und wenn wir sagen, okay, ich verabschiede mich von all diesen unterdrückten Dingen, ich schaue sie mir an und ich lege sie zur Seite, wirst du spüren, dass du eine ganz andere Verbundenheit mit dir selbst, der Erde und mit den Menschen auf der Erde auch spüren wirst. Und das kann alles für dich verändern. Und das kann alles für dich verändern.